Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin ein bisschen unter Druck, nur noch knapp hier bei den 24.000 US-Dollar. Wir haben es nicht geschafft, nach oben hin auszubrechen, auch wenn ich gestern gesagt habe, die Chance ist normalerweise wahrscheinlicher, dass wir zumindest nach oben hin ausbrechen. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Wir werfen mal einen genaueren Blick auf jeden Fall drauf, welche Level jetzt auf jeden Fall wichtig sind, was unser Trade weiterhin macht und ob wir möglicherweise neue Trades sehen. Gut, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Nur noch ganz wichtig, Anmerkung, ich habe gestern hier das Pre-Sale-Video von Obius, sag ich mal, ein Video drüber gemacht und hatte hier oben den falschen Link. Also alle, die sich hier unter diesem falschen Link mit .com am Ende angemeldet haben, bitte nichts drauf einzahlen. Es ist zwar nicht grundsätzlich falsch, es müsste dann nur übergebucht werden, aber trotzdem bitte nochmal neu registrieren hier, wo hinten IO steht. Deswegen habe ich das nochmal ergänzt und hier noch eine kleine Warnung gelassen. und natürlich heute Abend 19 Uhr, vielleicht ein bisschen später, weil ich vorher noch ein Video mache, kann sich noch ein bisschen ziehen, aber heute Abend auf jeden Fall dann nochmal entspannter Livestream. Gut, um 19 Uhr natürlich, wie immer. Gut, und damit jetzt aber auch genug Eigenwerbung gemacht. Momentan, wie gesagt, 24.000 US-Dollar. Wir haben hier diesen leichten Abverkauf gesehen. Wir haben gestern nochmal ein zwischenzeitliches, höheres Hoch, sag ich mal, gehittet, hier in die 25.200 US-Dollar, aber nicht ganz die Liquidität hier drüben abgegrast. Also es ist immer noch, für mich ist die Wahrscheinlichkeit immer noch höher, dass wir Richtung 26.600 gehen, anstatt Richtung, sag ich mal, 19.000 oder 18.000 US-Dollar. Klar ist das ganze Sentiment, was wir jetzt die letzten Tage hatten, dass so ein bisschen Konsolidierungsphase ein bisschen jetzt nachlässt oder so eine kleine Korrekturphase eingeläutet wird, jetzt nichts exorbitant bearish ist. Also da wollen wir mal ein bisschen Segel rausnehmen. Wir konsolidieren hier halt ein bisschen nach diesem Anstieg. Klar, der Abtrend, den wir hier gezeichnet haben, wurde zwar erst einmal gebrochen, ist aber jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so verkehrt. Wichtig ist, dass wir hier unter diesem Tief noch nicht geschlossen haben bei 23.800 US-Dollar. Trotzdem sehe ich weiterhin eher, zumindest kurzfristig nochmal so ein WIG bis 23.300 ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Wir haben hier zwar nochmal so einen kleinen Orderblock, der nochmal getestet werden könnte. Trotzdem 23.300 bricht es, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schnell Richtung 22.800, 22.700 geben, wo unser Golden Pocket drauf wartet. Also das wäre jetzt für mich persönlich, wir haben noch die Long-Position offen mit 25%, daran hat sich nichts geändert. Aber hier unten bei den 22.800 ist jetzt momentan für mich der Stand, hier unten würde ich einfach gerne nochmal, wo wir einfach diesen Switch hatten, vom Bearish oder von diesem Downtrend hier unten beim Golden Pocket, den Switch ins Bullische zu machen. Das wäre jetzt so der nächste Einstieg, beziehungsweise wo ich die Position nochmal vergrößern würde. Das heißt hier unten knapp 23, ein bisschen tiefer auf jeden Fall. Ich würde mir hier echt das Golden Pocket wünschen, einfach um nochmal wirklich diesen Switch zu vollziehen, vom Bearish zu Bullish, weil wir hier diese lange Konsolidierungsphase hatten. Würde sich sehr, sehr gut ausgeben und dann wirklich ein Higher High bis 26.600. Das ist zumindest jetzt mal unser Zwischenziel. Wir gucken uns das mal ganz kurz auf dem Daily-Timeframe nochmal an, wie das da aussieht. Da sehen wir auch, okay, wir haben halt dieses riesige Void, was hier noch liegt, Volumen. Liegt jetzt auf Bing X nicht so viel, aber auf Binance haben wir ja die letzten Tage immer mal wieder angeguckt. Bearish Divergence, die wir natürlich auch im Daily-Timeframe haben, also es hat sich schon ein bisschen was angestaut. Dass es nicht ewig nach oben gehen kann, zumindest in der jetzigen Phase, ist natürlich klar. Trotzdem, ich würde es einfach noch nicht so als mega bearish abstempeln. Also es ist ganz, ganz wichtig. Wir haben hier Luft bis 22.850, wo das 0.618 erwartet und das 0.65 wartet hier bei 22.6. Stoploss muss ich dann und das werde ich dann wahrscheinlich auch machen mit unserem Trade, der ist zwar schon auf Stoploss Entry, wir hatten aber hier einen sehr guten Entry. Deswegen werde ich dann den Stoploss hier auf jeden Fall in den Profit setzen bei ungefähr 21.900 US-Dollar irgendwie so rum, ein bisschen mehr als wo er momentan ist. Das ist jetzt erstmal so das grobe ganze Bild, sage ich mal auf dem Daily-Timeframe. Korrektur, ja. Ob das jetzt hier eine 20-30% Korrektur wird, wage ich erst einmal zu bezweifeln. So, dann gehen wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart, schauen uns hier mal ganz eben ganz kurz die Vector-Candles an, wie es da ein bisschen aussieht. Also nachdem wir hier diesen blauen Bereich, wer sich an das Video erinnern kann, wird immer gerne getestet auf dem 1-Stunden-Timeframe, haben wir hier erst noch ein bisschen als Support gehabt, jetzt dann hier als Widerstand auch mit lila Vektoren. Dann kam dieser Abverkauf, Silo wurde nochmal geretestet hier und dann ging es eben nach unten. Alles trotzdem nicht so schlimm, wir hatten hier drüben noch einen Vector, den haben wir mittlerweile abgefischt, das sieht man hier ganz gut und hier unten hätten wir eben auch nochmal einen bei 23.600, was haben wir hier, 23.700 US-Dollar. Das heißt, die Range zwischen 23.500 und 24k, die könnte nochmal angetestet werden. Wäre aber alles nicht so sonderlich bearish, weil wir wie gesagt eben hier in so einer großen Range sind momentan und das ist einfach das, was übergeordnet zählt. Klar, dieses Lower Low, was wir jetzt hier gebildet haben, zumindest hier diesen Schlusskurs, den hatten wir, ist mir ehrlich gesagt auch wurscht, weil an sich die Struktur an sich immer noch bullish ist. Kurzfristig, klar, ein bisschen bearish, Downtrend und sowas, maximal, aber hier unten eben die Box, wo wir eben gerade ein bisschen längerfristig drauf angestellt haben, geschrieben hatten. Ansonsten, 26.600 ist weiterhin das Ziel und davon gehe ich auch weiterhin aus. Zumindest, diese Hochs hier oben mal komplett durchstoßen. Da hat sich sehr, sehr viel Short-Volumen jetzt aufgestaut und so richtig nach, sag ich mal, Mega-Reaktionen hat es gestern auch nicht ausgesehen, dass hier ein Haufen liquidiert wurden. Also da von der ganzen Price-Action her hat mir das alles nicht wirklich zugesagt, auch nicht für ein Short hier. Hätte sich zwar perfekt ausgespielt, aber das Risiko, dass hier ein Haufen Short-Squeezes dann gekommen wären, wäre einfach viel, viel zu hoch gewesen. Gut, dann rüber zu Ethereum. Hier habe ich mich gestern ein bisschen verbrannt. Da habe ich ja gestern gesagt, okay, da und da gehe ich rein und ich weiß gar nicht mal, wo das war. Ich glaube, 1670 oder so. Stop-Loss war unter dem Tief, der wurde mittlerweile abgefischt, wurde auch hier nochmal getestet, also dieses Hoch jetzt gerade. Aber auch hier RSI zumindest auf den 1-Stunden-Chart ziemlich weit runtergekommen. Schauen wir mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart. Zumindest eine Recovery nach oben sollte es meines Erachtens nach geben. Das heißt, dass wir zumindest auch hier nochmal in den Bereich der 1680 vorstoßen könnten. Hier oben wartet dann das Golden Pocket. Hier war das 0786er mit so einer kleinen Ineffizienz. Das heißt, 1680, 1695 könnte hier so dieser Trendwendebereich werden, dass wir uns wirklich hier mit einem tieferen Hoch dann nochmal bestätigen und dann Richtung Golden Pocket uns bewegen. Das ist ja das Ziel, was wir auch schon seit ungefähr einer Woche hier immer wieder anpeilen beziehungsweise drüber gesprochen haben. Ansonsten kurzfristig Ziel entweder 1.601 oder wir holen uns dieses höhere Tief. Sollten wir hier oben dann die Rejection eben reinkriegen bei Ethereum, bleibe ich auf dem bearischen Zweig und wir gehen hier locker Richtung 1.570 bis 1.559. Einfach wegen dem Golden Pocket, wegen diesen letzten Hoch hier nochmal testen, wegen den ganzen Vektoren, wegen, ihr könnt sagen, was ihr wollt dazu. Ist im Endeffekt eh das Gleiche oder hat den gleichen Sinn? Diesen Bereich wäre wünschenswert, genauso wie bei Bitcoin nochmal zu testen, um wieder diese Aufwärtsstruktur, sag ich mal, wieder ein bisschen in Gang zu kriegen, Korrekturfaser wegzuleiten und dann ein höheres Hoch reinzukriegen. Höheres Hoch meine ich dann damit, zumindest hier oben den Bereich um 1.743 rauszunehmen und dann die 1.808 US-Dollar anzulaufen. Das ist weiterhin so ein bisschen so grob das Ziel, was ich verfolge. Ihr seht hier oben immer noch diese Short Order bei 1.808 Dollar, wo wir überlegt haben, es ist keine Limit Order, es ist einfach immer noch die Idee, die wir seit Wochen hier oben haben, in diesem grünen Box-Bereich, wir gehen mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. So, in diesem Box-Bereich, wo wir hier oben eben nochmal diesen Order-Block, beziehungsweise diese Supply-Zone haben, nochmal so eine kleine Umverteilung reinzukriegen. Das heißt, denkt euch mal den weißen Strich weg, den machen wir mal ganz kurz weg. So, dass wir uns eben doch mal dieses hochholen, dann hätten wir ja wahrscheinlich eine Triple-Barrish-Divergence. Gibt es das überhaupt? Ganz ehrlich, ich sage das so oft, gibt es das überhaupt? Gibt es eine Triple-Barrish-Divergence? Ich habe keinen Plan. Vielleicht habe ich es auch einfach nur erfunden. Auf jeden Fall, diese grüne Box mit dem Order-Block könnte meines Erachtens nach noch getestet werden, auch aufgrund des Volumens. Ansonsten, diese Spitze hier hatte jetzt nicht mehr so diesen Volumens-Spike, aber hier oben könnte nochmal eine schöne Umverteilung stattfinden, um dann möglicherweise nochmal größer abzuverkaufen in dem Bereich der 1.350 US-Dollar. Aber das ist, wie gesagt, so ein längerfristiges Ziel. Und da seht ihr auch hier unten diese gelbe Linie, das wäre einfach nochmal hier dieser Retest. Wir würden auch hier unten nochmal die Vektoren füllen. Aber wie gesagt, es ist ein längerfristiges Ziel. Das heißt nicht, dass es heute kommt. Das heißt nicht, dass es morgen kommt. Jetzt gilt es erstmal in die kleineren Strukturen zu schauen. Ein Stunden, wie wir es gerade gemacht haben. Tieferes Hoch, bearish, dann mindestens 1.570. Ansonsten brechen wir hier oben durch, werden die 1.808 bis 1.880 US-Dollar sehr, sehr interessant werden. Gut. Und damit würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz zu den News. Boah, ich habe heute einen Lauf drauf. Mika-Gesetz wird von US-Kongress-Delegation untersucht. Ja, gab es ja glaube ich schon ein bisschen Diskussionen in der Telegram-Gruppe beziehungsweise ein bisschen Meinungsausschaus. Könnt ihr euch gerne daran beteiligen, wenn euch der Artikel interessiert. Schaut bei CryptoGuru vorbei beziehungsweise in der Telegram-Gruppe. Und damit würde ich sagen, hören wir uns dann heute Abend um 19 Uhr oder 19.15 Uhr. Ich kann es nicht genau auf die Minute sagen, wann. Wird relativ spontan sein, aber dann heute Abend zum Livestream. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Abonniert gerne noch den Zweitkanal. Abonniert natürlich auch den Hauptkanal, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wenn ihr Börse sucht, gerne bei BingX. Link unten in der Videobeschreibung. Und dann hören wir uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.